so hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video weil ich mir dachte spielen wir einfach mal tropico 6 ist ja vor einiger zeit schon rausgekommen ich habe topico 5 sehr gemocht war ein geiles spiel und ich denke mal tropico 6 würde mich auch nicht enttäuschen ich würde sagen fangen wir mal neue spielern und sandbox spiel und ja wo die reise uns hinführt ich würde gerne eine riesige karte haben mit sehr hoher landfläche und seltenen hochebenen inseln wenige machen wir mal die hauptinsel darf groß sein gerne das klima normal klar klimavariation post ressourcen ausgeglichen hier so sieht wir starten im kolonial zeitalter mit leuten genau das kann man nicht alles zu lassen ich glaube das ist nichts was man groß verändern müssten genau und sieg machen gar keinen wir spielen einfach so weit wie wir wollen wie man lustig sind starten wir mal schauen wir mal was die heiße uns bringt oder was das spiel uns jetzt für eine insel gibt welche zufälligen katastrophen oder sonstiges es sind auch wieder ein paar charaktere aus dem alten spiel dabei die man so kennt so es hört sich schon mal gut an so eine beliebe tatschen fortverhandlungen da sind auch schon unser palast und wir haben ein größer unserer insel anschauen hier das sieht doch ganz nett aus ich denke mal da lässt sich was draus machen kann vielleicht hier ein bisschen tourismus war auf der insel türen so wohnungen industrie alles das schauen wir uns mal gut zuerst mal hier unsere straße verbinden so können wir hier anfangen waren zu importieren exportieren und ich würde sagen wir machen mal hier eine straße hinter was die keine kurven hält und hier bauen wir jetzt plantagen kann man nicht ganz tolle sachen machen und zwar mit ananas plantagen und bauen wir jetzt mal hier ein ob sie zu schnell war auch so gemacht ist nicht so schlimm und mehrere bauen mit schrift war das ok mit schrift und wir brauchen die einfach mal nebeneinander ganz viele so wunderbar jetzt haben wir zwar kaum geld und wir müssen jetzt mal gebaut werden aber die plantagen was ganz tolles wir können diese bestäubung starbungsparzelle machen und es gibt allen plantagen in der nähe also ananas plantagen ein effizienz bonus von 10 prozent wenn wir das machen dann werden wir die noch bald bei den anderen plantagen sehen nur dass dieser bonus nicht bis zu diesem blauen kreis geht sondern die hinten geht genau das heißt wenn wir es bei allen machen wenn wir uns relativ sehr viele bananen produzieren bei ananas und somit werden wir relativ schnell sehr viel geld machen hoffentlich so zumindest die idee genau aber die leute waren natürlich auch wo wohnen und leute müssen ja glücklich werden deswegen schauen wir jetzt mal dass man hier die straße ein bisschen ausbauen so und würde sagen die nehmen auch noch mal hinter dann kann man dazwischen ein bisschen was bauen so wunderbar ich habe eine schön gerade küste kann man dann schön viele haben anlagen eben hinbauen damit dann auch schön viel exportiert werden kann wunderbar dann machen wir noch mal weiter mit häuser am besten wohngebäude aber ein paar landhäuser würde ich sagen das kann ich brauchen die alle in den straßenanschluss ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich bin jetzt mal ein paar hin und dann machen wir hier noch eine baracke und hier so das ist jetzt mal unser grundstamm die wir aufbauen wollen aber der fachteil ist auch wieder elf leute gebracht ist gut dann brauchen wir schon viel arbeit auf unseren farben so jetzt kommen wir gucken 21.000 könnte mal 18 gebäude erzählt das quasi schon unbebauten dazu oder wie ich feste es jetzt mal ich habe jetzt ein bisschen angst dass das dann nicht übernommen wird aber schon einfach mal zu wissen alle das ding nämlich drin haben und jetzt sind wir schon die effizient ist hier schon bei 99 obwohl die alles blöd gebaut sind hier 116 108 da bin ich mal gespannt und die müssten das jetzt alle automatisch drin haben genau auch wenn es eben erst gebaut wurde wunderbar mit jedem bau steigt jetzt effizient stark an hier und dann hier genügend arbeiter drin sind und die leute haben werden wir ein bisschen coole cheffe wunderbar so gefällt mir das muss man fast mal schauen dass man naja cool ist mal schauen dass ein paar ananas produzieren und exportiert werden können damit mir dann schön viele dollar kriegen dafür kroner schickt entwicklungshilfe 4500 euro das ist doch in ordnung ich war hier gerade mal ab warum es ist jetzt hier nicht drin hier ist es drin ja auch manchen nicht in schmiergeld zahlen um herauszufinden wie viel schmiergeld zahlen müssen na wunderbar wir werden wieder schon leisten gewinner keine besteuerung ohne vertretung keine bestechung ohne kleid und keine korruption ohne diskursuren wir verlangen handlungsfähigkeit für unsere eigenen zu haben oder was für unsere eigenen zu haben okay die forderung seite werden zu bauen und das nach 177 tagen ich glaube das kriegen wir hin da kriegen wir zehn euro das kommt aussuchen ich bin sicher dass ich dass ihre situation unverändert bleibt also vergessen sie bitte nicht wer ihre taschen füllt und wer ihnen taschen gegeben hat gut also müssen wir jetzt eine handelsroute mit der krone erfüllen das auch nur sind sie sagen das wird schon eher die herausforderung aber mal schauen vielleicht können wir ja ananas exportieren oder so was immer oder export ist wurscht dann nehmen wir das mal an gut wir haben schauen mal der import-routen am ananas und das war ja nicht viel ich würde ihn über tabak leder kaffee und zucker mit fast sagen wir machen zucker das muss man allerdings hat noch zucker anbauen das machen wir auf jeden fall mal wo der gut wächst hier machen wir ganz proviso zwei stück hin die kann man später noch abreißen wenn es sein muss ist keine kohle mehr gut dann warten wir einfach bis man noch mal ein bild haben die hier alle auch das ding drin haben ja die verbesserung hat sie auch schon die effizienz bei 200 prozent das ist schon mal sehr gut war schon fast bei 200 prozent und so geht es dahin muss man schauen dass unser sportbüro also dem ersten zeitweltkriege gegen die ein paar mehr leute das so schneller geht aber hier kann man glaube ich schon mehr hände genau auf 1200 und so schauen dass müssen wenn wir geld haben dann kann man das war ja mehr hände kaufen neue schicht hinzufügen quasi im bau büro damit die schneller bauen ich muss noch nicht so lange auf das alles wir warten da wir sollten ein taverne bau nachher geld na gut als wir fast ist ja auch wichtig ein bisschen geld machen dann habe ich wenig geld gemacht und fragte ich weiß schon dass man die plantage abschließt um langsam mal die transportroute starten zu können aber jetzt wenn ihr schon ananas geliefert das ist gut das nächste transporte wird schon ein bisschen ananas mit damit wir hier schon mal kohle machen wunderbar und wie immer die tropico musik ist einfach so herrlich stundenlang zuhören ich mag sie einfach jetzt auch nicht drin ich glaube die haben uns ordentlich beschissen ich glaube ich sollte das erst machen mit steuern gedrückt halten wenn man quasi alle gebäude hat 1 2 3 4 5 6 8 und 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 alle habe ich quasi bezahlt aber nur die hälfte hat was bekommen naja das war ein griff ins klo aber das werden dann schon mit unserem platz mit ausbaden den verlust an kohle die man gemacht haben also den verlust der geld hier eine rinderfarm rinder produzieren glaube ich fälle und fleisch genau hier aus fleisch und fälle wunderbar genau das wäre so ein bisschen essen haben für die leute aber die können sich auch von ananas ernähren so ist es ja nicht gerade läuft es ein bisschen schlecht so in der wirtschaftskasse bei uns aber es werden immer mehr ananas hier drin am nächsten frachter werden wir dann hoffentlich kohle kriegen so muss das sein auch sehr schön gemacht das spiel von der grafik gefällt mir sehr gut der platz haben eigentlich auch genug auf der insel gefällt mir schon langsam hier sind ja schon 7000 ananas drin oder wie auch immer man die mehrzahl nennen mag wird auch eine gute art hier rein zu fahren jetzt gibt es ganz schön gas wohl aber 15.000 haben wir bekommen für die vielen ananas die wir hier haben gut das geht so nicht viel gebäude haben das noch nicht schauen wir mal hier jetzt können wir drücken und das zahlen schatz aus 200 oder effizient her 225 so gefällt mir das gut das ist noch mal schauen dann vielleicht noch ein transportbüro bauen beziehungsweise hier noch ein bau wie wurde das baubüro und wo war das hin sagen wir mal hier so ich gehe zu 1000 aus dafür haben wir hier noch ein paar bauarbeiter die hier die nichts neues und aufbauen können aber ich würde sagen das war es das erst mal für die erste folge für den anfang und wir sehen uns in der nächsten folge ich wünsche was tschau